und willkommen mein name ist an die welt und ich möchte zurück zu als super spaß ultimate da wollen wir rein aber erstmal machen wir das hier fertig ja wir sind immer noch in einer fremden welt und da kommt das wird schon nicht der alte minister aus brawl so was mensch war es ist der rob in verkleidung spoiler wir haben alle so bomben die setzen die ein was macht ihr lacht ja auch das riesen von gestand geht aber nicht dadurch raus was ich hab traurig so du komm mal ja und den eintritt ja auch noch gut in einem auch noch glaube ich näher oder ein verkehrt wir dazu gut bleibt noch der boss und einige andere gegner in dieser welt und ein kämpfer fehlt ja glaube ich noch irgendwo ja wie komme ich da rein sich wieder zu tabu weil er denn hier alle nach dem kämpfen weil ja ich spiele mal noch ein warum nicht das ist mir gerade eigentlich sollte vielleicht doch mal den kämpfer wechseln und da ich jetzt sehe gegen wehmer kämpfen und ich sagen wir nehmen wohl sei hier komplett vergessen den kämpfer irgendwie zu wechseln das ist max da mag ich glaube das beste was man nehmen kann mir ist aus heilung schild und auto eilung ne ja gott was warum ist das ding so krass jetzt schon voll schaden machen gegen den bei dieser angriff noch gar mehr du wirst mich verarschen ja halt alter alter macht schaden aber ich bin so nicht getroffen jetzt kriegt er nicht getroffen irgendwie kein moment hat in dem man irgendwie stand oder so ne braucht man auch nicht weil er nicht so schwer ist ich lege einfach max 99 okay das ist ein guter der irgendwann böse wurde war nicht sogar ein boss aus kirby aus dem ersten car wie habe ich vage erinnern so jetzt haben wir alle dinge erledigt kommt jetzt das land der finsternis okay mitte ist das erschienen wer wer wurden uns glaube ich schon vorgestellt in diesen einen katzdienst haben wir wieder raus hier ja wir haben hier nämlich mal alles erledigt bis auf die dinge die ich jetzt nachholen werde noch immer die sind kann man hier lernen nix mit 30 kann ich nur resistenz gegen feuerböden und so war alles holen mit mir relativ wenig bringt dann wenn schon immunität dagegen aber okay nein da wollte ich glaube ich nicht hin ja 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 das mal max entwickeln ich werde hier werden die trophäen irgendwie besser in diesem spiel du kannst irgendwie gar keine information zu einigen geistern mir anschauen hätte man zum beispiel sehen können hat das ist der finale boss von so und so aber nein wahre gestalt allein wird alles nichts mehr angezeigt steht einfach nur kirby serie oder irgendwie so hat eine information als die einzige information die du kriegst von den ganzen geistern hat ich ein bisschen schade finde als gemacht eigentlich ja so so trophäen und so zusammen hat man allerdings nicht augen wir waren haben wir nun mega mann jetzt hier noch nicht also so kleinigkeiten die mir an diesem spiel nicht gefallen zum beispiel will ich ja gerne die karte größer machen und sehen was wo auch für karte noch ist aber karte größer machen kannst du mal im dingens in anderen dingen mir der oberwelt sag ich mal und dann sie ist auch noch nicht mal irgendwie wo was ist ja hier ist noch irgendwas also mich stört hat so ein bisschen so kleinigkeiten die nicht in dem spiel drin sind nimmt ein bisschen nimmt ein bisschen charakter weg vom spiel habe ich sorge für so jetzt wenn ich weiß zum beispiel jetzt schon wieder nicht ob ich hier richtig bin da wo bin ich ja gerade ob da ist richtig schnell ach die ist ja auch neu er wird wir machen ja das leben schwer so geht mich ja jetzt aber auch nicht so schwer sein glaube ich weil die kann man raushauen wenigstens im gegensatz zu andros das erfolge stört ist oder auch trotzdem nervig hier warum voll auf die drauf getrampelt ja geil block einfach wenn ich schon irgendwie wenn ich jetzt die beiden treffen würde großartig zu denen habe ich eine übergezogen jetzt habe ich mit meiner sender maske habe ich auch getroffen gut dass ich ob sie getroffen das war sehr gut die hatte auch noch gar nicht es war irgendwo hier war noch ein kämpfer der wird von mega man blockiert wo ist das jetzt ja die vom anfang war das mit kämpfer sucht das war heute ich glaube danach haben wir auch alles ja genau hat meine ich scroll jetzt hier durch ich habe keine ahnung wie war peter ist weil ich die karte nicht raussuchen kann das stört irgendwie wo ist er hallo habe ich denn schon erledigt mit der aufgegeben weil mir zu bescheuert war ich kann auch nicht raus so wo ist er er hat mir doch noch gefehlt oder da war er noch draußen hier bin ich jetzt ganz nur ich glaube da mal noch draußen ich glaube der ja der war sogar echt draußen ja da habe ich mich ja wir kommen jetzt herunter also eine sache nämlich statt kannst du irgendwie nie sehen wo du genau hin muss wo ich bewegen kann sowohl nicht okay gut ich glaube ja hier war der da ja hier warum kann und verkannt nicht angezeigt werden hat hier noch umgegner ist also sachen die stört mich ein bisschen ja manchmal könnte sie ja auch gut sein haben wir stark nahe kommt haben wir also das war so man hat noch mal ich weiß ja ist klar vielleicht kann ich das so schopfen naja ist klar aber ehrlich aber viel einfacher auf damit es war was war 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 komm her komm her hochmann in die fresse so schwester schwester auch mit diesem angriff bitte war schwer sieht so winzig aus wenn wenn ich ein dings habe neben mein hammer ich komme nicht dazu den anzugreifen sie schießt die ganze blöden zitronen auf mich komme nicht dazu den anzugreifen sie schießt die ganze blöden zitronen auf mich in die fresse in die fresse kommt nein nein tschüss nein ja oh mein gott okay wieder hochkaratischer schwerer kampf da bin aber geworden rosalina und loma weil das kann man auch schaffen kann die meinen dinge reflektieren ja mein wäre immer die meisten der einen fähigkeit ja genau so ein einfachen angst ist einfach blocken ist klar allein dinge zweiter machst du jetzt ich habe ein kind getötet jetzt kommst die hat er nicht sie hat echt getan und dann fliegt jetzt irgendwie aus versehen raus wir wollten unser nimmer und loma ja und jetzt ist eine viege das da kann man ob man noch immer hoch lernen können 56 kommen irgendwann hier weg der reflektoren die liga bringt es nicht wenn so allgemein irgendwie dings wer resistent gegen feuer oder gift dann wäre das geil aber so wir nehmen natürlich den einzig waren kämpfen falken dann war mich alle kämpfe vergleiche ich vergleiche irgendwie so mit dem charakter auswahlbildschirm von klassisch modus oder so allgemein normalen charakter auswahlbildschirm wo ich schon alle charaktere ab jetzt sah schon sehr ähnlich aus so hallöchen du naja wird es also in der auge von king damals das okay denken wir auch noch ihr ende ich nehme mal das hier in heilung schild und heilung wir haben ja gesehen wie das gegenwärtig kira funktioniert hat und ja er wird auch bestimmte ecke schwieriger sein aber daten so ein jay alter alter weit sehr viel schaden ich schnapp was hat denn hallo schwarzer nein jetzt sind wir so dinger ich wusste es gerade ist oder finale was wer also der durch bricht dann einfach ist klar ich kann gegen nix hier blocken das bedeutet heilung schild bringt überhaupt nicht okay und haben wir für optionen ja natürlich an der kräfteklau ich sagen dann habe ich ja noch mal gegen andere dinge genommen habe ich mich mit jedem schlag irgendwie geheilt aber das habe ich als normale fähigkeit ist also war ich ja nicht unbedingt nur mal kräfte klau da kommen wir ein bisschen mehr nicht kommen wir nicht hin war das ist dann schon wieder okay die kann mich aber auch nichts dann die angefangen scheint der ange ich versuche gar nicht erst hat den ganzen reifen ja oh gott geil ja ja sehr viel einfacher also ja und schreibe ich wieder voll hoch dabei möchte ja nur mit der smash angriff von uns angreifen nächster form ja das kräftige er fast genau gleich muss die denken sie hat er die genaue weg nach der zeit auge kommen er das kräftige das kräftige ist ja bloß nicht runter ich habe mich sofort wieder hoch und der frau schon mal stärker nein ich weiß nicht was das macht aber ich will davon vielleicht ein bisschen entfernt bleiben er hat einfach nur sein limit aufgeladen und hatten sonst nix gemacht es erst mal weiß wo du da stehen kannst gott jetzt verliere ich noch wenn er zu weit gehen nein schwarzer haal und wo ist das noch mal letzter zeit voll oft ich weiß nicht vom wort noch mal ist war es hat so dass das kne sehr gut hat er noch die form versaut schön ja mal nachdem wir da so 20 oder so 50 50 jahren 50 weil ich habe fünf andere sachen bekommen und damit war ja auch weg okay gehen wir mal weiter die alle haben irgendwie so hände waren weiß ich ja so kann also einig von ihnen verpasst habe ich nehme einfach ein eis charakter die man nicht verpassen kann weiterzukommen okay okay sind auch noch kämpfer okay 106 kommen dort sparen wir noch müssen war es geht mir ab wir noch viele das sieht auch schon nach finaler boss aus mit tetra ok da sind in einmal weiß und einmal schwarz hat was zu bedeuten immer auch mit nach vielleicht muss ich erst die bösen erlegen also ich glaube der kampf war relativ einfach mit nach ja nur weil ich die voll putzig finde na gut raus war mein gott warum warum haut die einen so schnell raus damit ich verstehe ja nicht genau deswegen will ich dir so schnell wie möglich fertig haben da gibt es jetzt einfach noch mal hier eine ecke lasse ich raus schmeißen sich rauswerfen meine ich also wir sind nicht verarschen kampf schon wieder weil die sie einfach nicht rechts treffen lässt tschuldigung mitten aber ich musste in die fresse schau sie ist weg so einfach ganz gehen mein gott auf vier dinge haben wir bekommen cool ja okay ich habe wir bekämpfen gerne ich habe 110 punkte luftsprung plus 1 nach dem landen perfekter schilder aktivitäten wohnendere erkundungen sparen war das glaube ich sagen das war's für diese folge in der nächsten folge machen wir weiter mit was immer hier ist und ja ich bleibe mich als zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge